Guten Tag! Heute zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Fotos inklusive GPS-Daten und Links zu Google Maps auflisten können. Wählen Sie das Verzeichnis Ihrer Fotos. Klicken Sie nun auf den Knopf, Dateilisten erstellen aktualisieren, um die Fotos in Ihrem Verzeichnis aufzulisten. Unter dem Reiter Spalten, können Sie nun weitere Metadaten in Ihrer Dateiliste einschließen. Klicken Sie auf Exif, um zu den Exif-Daten zu springen und die gewünschten GPS-Daten einzubinden. Ebenso einen Link zu Google Maps. Klicken Sie erneut auf Dateiliste erstellen, aktualisieren, um die GPS-Daten in Ihrer Liste anzusehen. In dieser Vorschau, können Sie direkt via Doppelklick ein Bild sowie Google Maps öffnen. Das selbe gilt für die Ausgabeformate, Excel und HTML-Tabellen. In den Ausgabeformaten, Excel und HTML-Tabellen, können Sie ein Bild oder Google Maps direkt mit nur einem Klick öffnen. Haben Sie noch Fragen? Dann kontaktieren Sie uns bitte via Website. Vielen Dank!